Hallo und herzlich willkommen zurück von mir, von mir, von mir, zu mir, nein zu Team of, oh man, vergessen wir das Ganze, bitte, ich hypnotisiere euch jetzt, nein Spaß, ähm, diesmal ohne Gesang von mir zum Team of the Season Pack Opening, ähm, Deutschland Style und ja, mal gucken, ob wir diesmal winzziehen, aber jetzt versuche ich es wieder mit dem Ellbogenpack, aber das wird hier anscheinend nix, na komm, geht doch nicht aufs B, geht doch nicht aufs B, geht doch nicht aufs A, aufs A, da, da, genau, Shop-Katalog wird aktualisiert, was, so, so, B, du gedrückst jetzt auf B, ja, voll, nein, ja, und so, ich gucke hin und hoffe einfach, hu, komm, einer muss doch drin sein, wenigstens ein blauer Spiel, ich hab noch nie einen, noch nie, in meinen ganzen FIFA-Historie, aber ich hab auch dieses Jahr erst angefangen, Kakaawa, der Bankdrücker, oh, jetzt hab ich den schon, oh, ich hab ihn einfach, Muriel, kann man Muriel heißen, alter, einer Witz, seh ihn noch, kack, ne, das ist nix wert, vielleicht ist ja hinten noch irgendetwas, versteckt, aber ne, Kakaawa war ja angezeigt, scheiße, scheiße und nochmal, schäße, naja, nix drinnen, schnellverkauf, vom Rest, und dann machen wir gleich weiter, diesmal suche ich mir wen aus, vielleicht hilft es ja, so, bring mich hin, ich würde gerne, Reus oder Robben haben, Reus oder Robben, oder Volland, Volland wäre auch ganz nice, so, mit der Nase jetzt, Nose-Pack, aber komplettes, so, ja komm, und so, na, aber diesmal mach ich, oder mach ich Augen zu, ja, ich mach Augen zu, und hoffe, dass da etwas wunderschönes drin ist, ist schon offen, ich weiß es nicht, hat es überhaupt geklappt, hm, keine Ahnung, so, ich mach jetzt einfach auf, jetzt sollte es, inzwischen offen sein, wenn ich überhaupt gedrückt habe, aber naja, mal gucken, oh nein, warum ist denn da so scheiße drin, Hamburger SV, wer will sowas, nein, Spaß, Simon, falls du das siehst, das ist ernst gemeint, nein, Spaß, Kuka, Kuka, Gamero, alle, Mist, oh Gott, da kriege ich nur 2000 Münzen für, so, dann habe ich jetzt zwei aufgemacht, oder, hab ich drei, zwei oder drei, Kagawa, Dings und, ich mach einfach noch eins auf, wenn, das hier nicht stimmt, dann bin ich dumm, aber egal, so, diesmal komplett normales Pack, das ich hin, in dem ich hingucke und so, und hoffe doch, was drin ist, so, im Namen unseres Herrn, nee, lass mir das, Alter, langsam reicht es echt, Alter, ich hab so kein fucking Glück, da ziehe ich einen Cavani, ich denke, der ist 100.000 wert, und der ist 2000 wert, das ist klar, höchstens, allerhöchstens, das geht doch, so viel Pech kann man gar nicht haben, das ist nicht möglich, ehrlich, ich finde das nicht lustig, naja, ich hoffe, es hat euch gefallen, und ich sage tschüss, und bis zum nächsten Mal, leider wieder nichts gezogen, richtig, kacke, da ist der Cavani, äh, ich glaube, ich spinne, aber erstmal kacke, aber jetzt, den habe ich echt aus Versehen, nur in den Verein gemacht, ich glaube nicht, dass der was wert ist, ja, sag ich doch, aber den hat Menyo so versaut, alter, oder Mois, oder wer auch immer, ist mir scheißegal, so, wie gesagt, es tut mir leid, ich bin selbst frustriert, dass ich nichts ziehe, und ja, wie ihr seht, spiele ich auch überhaupt keine Partien, ich habe nur immer Dingens, ich ziehe nur immer Packs, aber wenn ich irgendwas Gutes ziehe, dann wird sich das auch legen, dann werde ich auch spielen, ist klar, aber naja, so mit der Mannschaft habe ich nicht so Lust, und so, naja, egal, haut da rein, bis zum nächsten Part, auch, also ich könnte mir auch von den Münzen jetzt irgendwas anderes kaufen, was besser ist, sowas hier, keine Ahnung, irgendwas Besseres auf jeden Fall, und ja, egal, das war's, haut da rein, bis zum nächsten Mal, bis dann, Mann!